Willkommen zurück bei den HD Blacker und wir sind hier wieder in Resident Evil Aaaaaand Ey, ich hab was neues rausgefunden Jawoll So, ähm, und zwar hab ich, oh mittel Das gerade rausgefunden, was ihr gerade gesehen habt Und ich hab noch rausgefunden, wo es für die Fähigkeitspunkte sind Und zwar bekommen wir später noch Fähigkeitspunkte, die wir jetzt aber noch nicht haben und so Die kriegen wir aber später noch alles So, und wir sind jetzt hier wieder voll beim Schlachten von Zombies Das ist natürlich das geilste, was es gibt in dem Spiel Und oh mein Gott, lass den Typen in Ruhe Hallo 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 Oh, 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 oh Jetzt endlich, ey Na, guck mal hier Hey Puh, der soll zurückkommen Schrein ist okay Guten Tag So, oh, guck mal an Ich hab mal noch mehr Oh yeah Übrigens hab ich etwas gute oder schlechte Neuigkeiten Wie ihr es empfinden wollt Ähm, und zwar Hier haben wir noch Fähigkeitspunkte Ähm, und zwar Ich hab grad schon wieder was gesehen Wartet mal Nein, nein, so, und zwar Ähm, holt sich mein lieber Ähm, YouTube-Partner Das ist der Paddy Ähm, der will sich auch das Spiel besorgen Das heißt, es werden wahrscheinlich am Tag jetzt immer zwei Videos kommen Und ja, den einen wird's vielleicht freuen, den anderen nicht, je nachdem wie er mich findet Und, ja Das war's auch schon von der Neuigkeiten So, wir holen erstmal hier den Typen raus Man hat davon abgesehen, dass er sowieso nicht lange leben wird Ähm, und glaub jetzt schon tot ist Aber naja So ist das eben So, den hauen wir erstmal die Fresse kaputt Hier haben wir noch einen mit dem Baseballschläger Wir haben jetzt keine Lust auf Baseball Kann sein, dass der Zombie da mit einer Waffe schießt Ey, hab ich das grad richtig gesehen Wenn ja, das ist gar nicht cool Das kommt mir schon wieder voll nach Resident Evil 6 Warte mal, wir schauen mal Okay, wir können grad hier nicht anscheinend rüber Aber wir haben hier noch einen mit Waffe Und jawohl, die Zombie schießen mit Waffe Wow, ey, der hat aber gefressen Aber ganz schön, ey Wow, nein, 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 nein Verschwinde Wow Ah, da hinten haben wir noch irgendwas rumliegt Ah, Fähigkeitspunkte wieder Also ich glaub, die Zombie-Massen sind hier grad unendlich Ich glaub, wir müssen irgendwo anders lang laufen Schau mal mal Ob wir hier irgendwie einen Weg finden Aber wir scheinen hier richtig zu sein Weil da hier wieder zu dummen Zombies rumschreien Oh, hallo Ah, da will ich jetzt aber gerne runter Ah, komm, verschwinde Muss schon selber hochkommen können Boah, der war fest Der arme Zombie, ey Oh Gott, das hat bestimmt richtig schön weh So, leider müssen wir die Zombies umgehen Leider Gottes Aber wenn wir Glück haben, steht der andere Zombie noch auf Der neben uns grad lag Das klang grad so Wow, brennende Zombies Adios Zombies mit Waffen, das ist nicht cool Oh, okay Oh, hier rennen wir wieder auf ganz viele Zombies rum Nein, 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 nein Ich glaub, hier finden wir nicht unsere Ruhe Ja, ist gut, Zombie Ah, wir lassen den hier einfach mal fressen Okay, der rennt uns hier und daher Das darf er ruhig machen Ich glaub, wir rennen hier grad wieder zurück, kann das sein Nicht, guck, ich hab das nicht Nicht so Warte Wade Warte Wuuh Wack hier Blüter Zombie Kom, was babe Kannst du woanders weiterfressen Na, der ist ja schon tot Na, wie soll sie uns hinterherkommen, ey Das ist doch gut, wenn die alle zu uns kommen. Oder etwa nicht. Also ich finde es gut. Fuck, das hätte ich wohl mitnehmen können. Da gehen wir wohl nicht landen. Jetzt war ich erschrocken. Ich erschreck vor allen anderen, aber nicht vor Zombies. Komm, renn da. Guckuck. Hinter uns ist ein Zombie. Gute Idee. Drinnen ist es auf jeden Fall sicherer für Sie als draußen. Vielleicht können wir sogar kurz verschnaufen. Ich habe gesagt, wir müssen uns beeilen. Nein. Zombies sind toll. Ah, guck mal. Hier liegt schon wieder hin rum. Ah, Fähigkeitspunkte. Okay. Ah, wieder raus. Es liegen ganze Leichen im Weg hier. Wir müssen mal in den Aufräumen gehen. Vielleicht hat da einer von meinen Abonnenten Lust aufzuräumen. Ah. Komm Junge. Erschwinde. Okay. Der war nice. Der war nice. Na, schaut mal. Das scheint mal eine Waffe oder so zu finden. Aber da kann sein, dass wir das anschießen müssen. Wir schauen mal. Na. Ne, anschießen müssen wir es nicht. Wir müssen anscheinend dort hin. Und dann werden wir das mal tun. Ah, Fernsehen. Was kommt denn? Vor seinem Verschwinden konnte jedoch noch ein letzter Funkspruch empfangen werden. Ah, Neos ist ja langweilig. Buuuh. Waaaah. Buuuh, der Fernseher ist ja richtig schön stabil, ey. Krass. Krass, auch Fernseher. Also mein Fernseher geht bestimmt schneller kaputt. So, wer wettet, dass er hier gleich aufsteht? Mist. Verschlossen. Findet den Schlüssel. Ja, das ist natürlich sehr einfach. Oder auch nicht. Na, dann gehen wir mal auf Schlüssel suche. Der wird ja wohl hier irgendwo sein. Schlüssel, ja. Schlüssel. Ah, pfff. Da ist er doch. Ich wusste doch, dass er aufsteht. Komm, gib Ruhe. Gib Ruhe, Bro. Ah, muss ich extra rumkommen, oder was? Komm her. Komm, ich hab dich lieb. Ja, so lieb nun auch hier nicht, dass er in den Kopf abfallen muss. Ah. Mann, oh. Oh, wo ist er jetzt? Oder ist er dort? Oh. 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 Oh, was. Oh. Oh, ich hab das. Oh. Oh. Oh, oh. die fressen aber ganz schön aber egal wir wollen wieder das andere messer ist cooler stylischer ja chill mal wartet mal nur dass wir hier die kisten öffnen hey die kommen hier rüber oder auch nicht das schön für die rutschende munition das ist doch schon mal sehr gut so wir haben ich habe hier gelesen dass man hier die tür öffnen kann oder auch nicht ich glaube den können wir nicht so leicht töten oder hallo warte das war der falsche alter kommst du her komm schreie nicht so ne was hast du nur was hast du jetzt auch gar nichts mehr ja und du man war das einfach ja wenn man da keine fähigkeit oder so ich habe keine ahnung wir müssen jetzt ziemlich schnell umgefallen ich hätte ein bisschen stärker erwartet die soll hier hoch anscheinend ich brauche aber ganz schön mal davon abgesehen dass hier sowieso ein zombie jetzt hier rum rennt hat er gesoffen hat die gesoffen so muss ich über die ganzen zombies alleine klatschen hau ab verpisst dich friss mein bein hier oder so geht auch ja das ist gut dass ich offen ja guck mal da lichtung was schrotpatron so wirst du jetzt offen gegangen wenn sie dir oder was da war im knast in der gitter also ich glaube nicht dass sie die meint war doch gemeint ja nicht so schüchtern warum passiert das warte ich komme mein was auch denn du blöden zombies eliminieren sie alle feinde jawohl das machen wir gerne aber das ist wieder so super ich komme komm her verpiss dich war schön in die fresse gekickt kannst du vergessen da schaffts wirklich ey schrein gemacht ah schrein ist ok komm legt hin und tschüss blöde blöde auto gib da anzeige warum muss ja so ein scheiß auto ankommen Verdammt Warum passiert das? Ja speichern mein Tod Nein! Ich will nicht sterben Überlebende! Los! Wir müssen ihnen helfen Ja ich kick schon was ich kann Leute dann wie er Erster Tag als Polizist und schon die Schieserei Eliminieren sie alle Feinde Ja das haben wir vor und das wieder diese komische Papagei oder so Ne Uah Da schreit schon wieder Wow was geht bei den Zombien ey Hilfe! Hilfe bitte! Wollen sie auch zu fallen oder schließen sie? Sie leben wollen Auf die Köpfe ziehen Sie sind doch Polizist Sie können das Nein Ah schon wieder dieses blöde Auto Was zum Teufel? Durchhalten Was schießen Blödes Auto Im Ernst So Jetzt gehen wir mit Zombies weiter schlachten Schießt auf das Benzin! Wir befördern sie ins Jensei Wartet Ich muss erstmal den umklatschen Oh wo ist Benzin Wo ist Benzin da? Ja Hey los! Hier ist es sicherer! Das ist ein Waffenladen! Holen wir Nachschub! Ich hoffe ich sind da auf Überlebende öppne! Was meinen sie? Wir haben kein Kraut mehr! Das ist schlecht! Brauchen wir mehr Kraut? Wo kriegt man das denn mal? Wäre nicht schlecht denn wenn wir ein bisschen mehr Kraut bekommen für unser Leben Hey! Ist hier jemand? Ja natürlich hier ist jemand Aber Ich würde sagen bevor wir hier weiter machen Werden wir erstmal hier den Part wieder beenden Ich hoffe euch hat's gefallen diese Zombieschlacht Und Wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder Vergesst die Bewertung nicht Und Bis zum nächsten Mal Wieder mit euren Haare blecker!